So, hallo, grüßt euch! Ich möchte mich jetzt auch nach langer Zeit wieder zurück. Ich glaube das letzte Video ist jetzt vier Monate her, davor glaube ich sieben Monate, wo nichts gekommen ist, also fast ein Jahr, wo ich überhaupt keine Videos gemacht habe. Aber ja, das soll jetzt eigentlich da so ein kurzes Video sein, dass ich ein wenig erzähle, wie es weitergeht auf meinem Kanal und was ich so vorhabe. Ich möchte auf jeden Fall wieder anfangen, Filme zu machen, draußen zu sein. Das ist alles im letzten Jahr, alles ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe mir zwar da einen Bus gekauft, den was ich mir zum Camper angebaut habe, zeige ich euch nachher noch. Und mit dem war ich halt ein bisschen unterwegs, aber ich habe einfach keine Lust gehabt zum Filmen. Ich habe mir auch gedacht, es passt irgendwie nicht, so mit dem Bus unterwegs sein und dann Videos machen. Aber warum nicht? Ich werde es jetzt einmal probieren, es wird ab und zu mal so ein Video kommen, wo ich mit dem Bus unterwegs bin. Das ist eigentlich auch schon das Einzige, was sich so ändern wird. Sonst wird alles beim Alten bleiben. Vielleicht rede ich ein bisschen mehr, obwohl ich meine Stimme eigentlich ganz ungern her auf Video. Aber ja, das ist ja wurscht. Hauptsache es macht Spaß und ja, auf jeden Fall habe ich den Spaß jetzt glaube ich wieder gefunden am ganzen Filmen. Auch draußen sein, auch wieder an Buschkraft und einfach wieder schöne Bilder einfangen mit Musik. Es wird sich nicht viel ändern eben an die Videos. Ich werde da weiterhin so nächtliche Timelapse-Videos interessiert mich nach wie vor. Da möchte ich auf jeden Fall einiges machen. Und ja, schauen wir mal, wie es dann wird. Ja, ich werde jetzt da heute Nacht da verbringen, da am Inn. Ist ja ein super Platz da, da war ich schon ein paar Mal. Und werde mir dann noch ein Feuerchen machen und dann noch ein paar Würstchen grillen, bis es sich halt so gehört. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es auch weiterhin meine Videos anschaut. Und ich möchte auf jeden Fall euch eine Videos auch wieder gerne anschauen. Ich werde mich da jetzt wieder ein wenig reinhängen. Und ja, und ich habe da jetzt das kurze Intro da habe ich da eingespielt und ich habe mir eigentlich gedacht, das wird sich keiner mehr anschauen. Nach einem Jahr wird das keiner mehr interessieren. Aber es sind trotzdem, haben sich ein paar Leute angeschaut und ich habe Kommentare gekriegt. Danke für euch alle, die was geschrieben haben. Und ich werde euch eine Videos auf jeden Fall demnächst auch wieder verfolgen. Und ich möchte einfach schauen, dass da irgendwie das Ganze wieder am Laufen kommt. Und schauen wir mal, was für Videos kommen. Ich kann es nicht genau sagen, wie oft und wie regelmäßig. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder weitermachen. Und ja, dann seht man eh, was auszukommt. Ja, passt. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Jetzt zeige ich euch dann noch kurz einen Camper. Vielleicht noch ein paar Abendstimmung aufnehmen. Und das war's dann. Ja, passt. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns, wie gehabt, beim nächsten Video-Video. Tschau. Fiat. Dei. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.